Das war das. Das war das auch mal coole. Die geben jetzt, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe, auch was. Genau, die geben jetzt auch die Sachen. Hallo Leute, der Surio hier. Boah, was pustet der Mannagam denn aus seiner Nase? Das ist mir ja noch nie aufgefallen. Das ist auch neu. Ah, ich gebe ein Stück zurück. So, gut. Ja, willkommen zur nächsten Folge Ark Extinction. Und eigentlich wollte ich, sagen wir, hoffentlich mal mit den Vorbereitungen für den Bosskampf, den Titankampf im Waldgebiet weitermachen. Da kam aber ein Valentinstag, Valentinstag Update dazwischen. Was unter anderem beim Mating, also beim Verpaaren von Tieren, gewisse Boni bringen soll. Ich überlege gerade mal, ob wir das einfach mal ausprobieren hier. Schön, dass ihr da rumsetzt. Du bist männlich. Du bist auch männlich. Ich brauche mal einen weiblichen hier. Weiblich. Ich will es einfach mal ausprobieren. Ähm, das soll ein bisschen schneller gehen. Das soll ein paar Vorteile bringen. Äh, und soll unter Umständen auch ein paar Items, andere Items geben. Ich will das einfach mal ausprobieren. Und, ähm, das ist das andere, was ich ausprobieren will. Wo ist denn das Verhalten? Aktiviere Wandern. Zur Paarung bereit. Hier gab es ein Enable Mating. Gibt es jetzt ein Mating ohne Wandern? Das wäre ja ganz neu. Ähm, jedenfalls, ähm, wurde, gab es Fixes für den Managam, für Random Crashes, also zufällige Crashes. Und das will ich heute mal ausprobieren, ob das funktioniert. Ähm, außerdem soll irgendwie Mating, also es gibt so bei, bei Mating und bei der Babyaufzucht gibt es ganz viele, ähm, Boosts und Sachen, die schneller gehen. Und so, also da gibt es ganz vieles Verschiedenes. Guckt mal. Und dann lassen die zum Teil nämlich so ein, äh, andere, andere Sachen fallen. Jetzt können wir mal kurz gucken, was das ist. Äh, das ist Valentine's Candy. Movement Speed plus 5% und irgendeine Färbung gibt es dann für den Dinosaurier. Es gibt noch ein anderes. Ich warte mal, ich disable hier das mal erstmal wieder. So. Verhalten. Wandern deaktivieren. Okay, also anscheinend, äh, muss man die nicht mehr auf Wandern stellen. Das ist auch ganz nett. Ich weiß noch nicht, ob die dann trotzdem rumlaufen. Wenn ich dich jetzt auf Mating stehe, muss ich gleich mal ausprobieren. Dann läuft der nicht mehr rum. Das ist ja echt cool. Das ist ja echt super praktisch. Ähm, weiblich. Müssen wir kurz nochmal ausprobieren. Ja, ob die dann rumlaufen oder nicht. Dann braucht man diese ganze Anbind-Sache nämlich nicht mehr so lustig, dass sie so ein Ding eingeführt haben. Nö. Paart sich und läuft nicht rum. Und der auch nicht. Das ist sehr cool. Ja, das ist sehr cool. Ja, und jedenfalls ist der Mann am Garmen, soll gefixt sein. Und es gibt noch ein anderes Item, was man Dinos geben kann, damit sie, und dann heilen die, also regenerieren die Headpoints, wenn ich das richtig verstanden habe. Das wäre ja echt cool. Das will ich haben. Also das könnte mir 20.000 Mal gleich geben oder so. Da wäre ich sehr dafür. Ja, aber Babys, wenn sie aufwachsen, brauchen weniger Nahrung, was auch cool ist und so weiter. Also da gibt es ein paar echt. Ah, die haben jetzt nichts anderes gelegt. Die haben nur das Ei gelegt. Oder vielleicht ist dieses Mating auch nur während des Events aktiv. Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es nicht. Da muss ich nochmal analysieren. Warte mal, ich bringe erstmal die Eier weg. Ich will ja nicht mit mir rumschleppen. Ich hoffe auch, dass das Spiel tatsächlich nicht abstürzt, weil das ist das, was ich jetzt mal ausprobieren will. Oh, der ist voll. Nehmen wir hier einfach ein bisschen Fleisch mit, dann haben wir wieder einen Platz. Wir haben zu viel Zeug hier drin. Eine Unmengen an Räucherfleisch. 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 Okay. Wir probieren das mit dem hier einfach mal aus. Okay. Gut. Interessante Farbe. Naja. Egal. So. Und jetzt, äh, ich war schon ewig nicht mehr mit dem Managam unterwegs. Einfach, weil eben man das Problem hat. Ausdauer. Dass, ähm, der halt abgestürzt ist. Ja, guckt mal. Dinos können auch wieder furchtbar bunt sein. Ja, und ich bin echt mal gespannt. Ich will es einfach mal ausprobieren jetzt. Ja. Soll ich ihn einmal reinhauen? Warum kriege ich denn das Zeug nicht? Ähm. Hallo? Ich kann das nicht. Hä? Habe ich irgendwie Ernten deaktiviert? So. Mal verhalten. Ernteeinstellung. Nee, ist nicht deaktiviert. Warum geht denn das nicht? Hä? Ich krieg hier nix raus. Geh nur zu nem anderen Trike. Weil, ich mein, der hat ja jetzt kein Fleisch drin. Ich hätt gern ein bisschen Fleisch. Was ist denn das jetzt für ein Bug? Ich kann mir nicht vorstellen. Dass das jetzt gewollt ist. Was immer so. Hä? Bin ich jetzt völlig verwirrt? Anders hier. Da geht's. Gehen wir mal gucken, was das ist. Keiner. Warte mal, hab ich eigentlich noch. Ich hab zwei Villanosauren. Drei Villas noch drin. Gehen wir mal kurz gucken, was das für einer ist. Wieso kann ich denn keine Trikes mehr verspeisen, sozusagen? Das ist ja echt merkwürdig. Wirklich merkwürdig. So. Jedenfalls möchte ich wirklich wissen, ob das jetzt mit dem... Das mit dem... Oh. Das ist ein Gelber. Ein Gelber kann ich nur mit dem meiner Gaben nicht machen. Okay, schade. Ob ich... Ob der noch abstürzt oder nicht. Und wir werden's einfach mal ausprobieren. Nicht mit nem gelben Lootjob. Das wird nix. Sondern einfach mit allem möglichen anderen. Ja. Überlege gerade, wo ich dazu am besten hingehe. Irgendwo, wo ich den auch noch ein bisschen leveln kann. Und halt auch ein paar größere Sachen habe. Ähm. Muss ich mich... Glaube ich, wenn ich in die Nähe vom Lootjob... Mal hier hin. Gucken wir mal. Was wir hier so haben. Laufgraden. Ja, da kackt da. Ne. Kack viel. So. Eio, eio, eio. Was hat denn der für ein Level? 85. Hm. Mit der Reduzierung des Schadens durch dieses Froststrahl... Muss man echt nah ran. Sonst macht man relativ wenig Schaden. Und dann braucht man ziemlich lange. Wenn man nah ran geht, dann geht das auch. So. Jupp. Nächster. So. 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 Seht schon, das bringt alles relativ wenig XP. Mal gucken, ob ich irgendwo anders hinkomme. Was vielleicht besser funktioniert. Ah, da vorne. Die könnten ein bisschen mehr XP geben. Äh, waren hier nicht gerade noch mehr? War hier nicht gerade mehr als dieses eine? Mammut? Ah, hier ist auch nicht wirklich viel gebracht. Hä? Verwirrt. Dachte, ich hätte hier mehr als eins gesehen. Aber, oh ja. Nöhn bin ich ja da gut. Anscheinend. Äh, warum hat der sich gerade zur Seite gedreht und den hat hier vorne getroffen. Machen wir es halt so. So. Da ist ein Mammut. Da ist nicht mal noch mit. Okay. Ich höre. 149. Wow. Ich dachte, ich hätte gerade einen anderen Managam gehört. Aber ich sehe keinen. Gucken mal. Oh, schrecklich. Die Farben sind sehr... Naja. Nicht meins. Sagen wir es mal so. Sehr nicht meins. Okay. Ich hoffe, ihr könnt das nachvollziehen. Oder zumindest akzeptieren. Wie auch immer. Das sind nicht meine Farben. So. Äh. 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 Wir gehen einfach mal gucken. Hier lang. Äh. 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 Ob die Tracks von der Seite kommen. Äh. 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 Mö. Äh. Äh. mal gespannt. Also ich denke, dass ich eine ganze Weile unterwegs sein muss. Um rauszufinden, ob es abstürzt. Manchmal springt der so ganz merkwürdig von der Reine. Das haben wir auch nicht gefixt. Weiter hier lang. Hoffe ich eigentlich, dass ich ein bisschen den gelevelt kriege. Mal gucken. Das kann weg, das kann weg. Okay Leute, ich denke mal, ich werde jetzt noch so vielleicht 10 Minuten oder eine Viertelstunde hier unterwegs sein. Da mache ich jetzt aber erstmal eine Pause und dann sehen wir uns nach der Pause wieder. Dann geht es weiter. Mal ja Hallo? Wo sind wir denn hier? Mal hier eine Ansage. Da darfst du nicht einfach mir hier rein vorstellen. So. Noch einer? Nein. Also, ich melde mich dann nochmal wieder. Vielleicht mache ich so eine Viertelstunde hier weiter. Und mal gucken, ob das Spiel abgestürzt ist oder nicht. Ich bin einfach mal gespannt. Ja. Also, äh, bis gleich. So, hallo Leute. Da bin ich wieder. Und, das Spiel ist nicht abgestürzt. Ich habe immer noch nur einen Punkt, den ich dazu kriegen würde. Ich nehme den mal dazu. fast schon einen halben. Also, ich habe, äh, jede Menge Kleinzeugt getötet. Jede Menge Rechse. Bestimmt zehn Rechse. Zwei Rocktrakes und zwei wie heißen die? Ripper Kings heißen die. Und ihr seht's. Ah, da ist auch ein Spino noch. Den habe ich auch erledigt. Und da hinten ist noch ein Rex. Und, äh, da ist ein Giga. Ein Corrupted Giga. Oh, und, äh, wir machen erstmal den Rex. Und ich denke, dann werde ich mal gucken, ob ich mit euch zusammen den Corrupted Giga wegkriege. Und wenn der auch funktioniert, ich würde mal sagen, dann ist das der Beweis. So, da ist der Rex weg. Das, ähm, das funktioniert. Das Problem ist, die Gigas haben zum Teil eine absurde Hitbox. Also, du kannst ihn sehen. Du triffst quasi am Kopf den, äh, Giga. Und, ähm, triffst ihn aber nicht. Also, der Strahl trifft den Kopf. Äh. Hallo? Wie kein Besuch von irgendwelchen, äh, von irgendwelchen Kleinviehkriegen. Na gut. So, ich fürchte nur, ich mache ziemlich wenig Schaden. Das wird eine ganze Weile dauern. Bis ich den so aus der Entfernung hier weg habe. habe ich jetzt gerade mal 2k gemacht. Dauert ein bisschen. Ja. Hier das kleine Zeug wegmachen. Vielleicht, dass ich, hier war doch irgendwo auch noch ein, irgendwas. Der scheint da festzubacken. Was ganz gut ist für mich. Ich muss noch gleich mal meine Ausdauer regenerieren. Hier unten rennt noch irgendwo ein Rappter rum. oder in irgendwas rum. Ähm. Aber, es wird eine ganze Weile dauern. Also, das ist diese Änderung, dass das an der Entfernung ist, ähm, was mit der Entfernung, die, äh, der Schaden nachlässt vom Eisstrahl. Macht Sinn? Also, aus meiner Sicht ja. Aber, heißt natürlich, bei sowas, du brauchst einfach deutlich länger. Du kommst weg, dich wollen wir nicht. So. 5k habe ich gemacht. Naja. Wir müssen aufpassen, dass nicht auf einmal von hinten irgendwas ankommt. Mal gucken. Weiter geht's. Ja, ein bisschen bamme, mich näher ran zu wagen. Äh. Ich bin eigentlich ganz froh, wenn der da stehen bleibt und sich halt nicht bewegt. Dauert dann aber doch echt lange. Echt lange. Echt lange. Aber, das muss ich zumindest sagen, das Spiel ist noch nicht abgestürzt und darüber bin ich sehr froh. Und das finde ich sehr, sehr gut. Und ich hoffe auch, dass das so bleibt. Da liegen wir ein bisschen näher ran. Einfach ein bisschen mehr Schaden zu machen. Der scheint, ich weiß nicht, ob der da festklemmt oder sowas. Jetzt kommt der Stego da an und will mitmachen. so geht's zumindest deutlich schneller. Äh, ich, also, ich weiß nicht so genau, was, warum der, der, Giga sich nicht bewegt. Also, hängt der da wirklich fest? Ich meine, für ein Giga, der festhängt, ist schon natürlich den Vorteil, hier noch ein Raptor, der ist weg, dass ich hier nahe, näher ran kann und dann doch deutlich mehr Schaden mache. Ja, das ist ganz nett. Das, äh, finde ich sehr gut. Dann geht's einfach deutlich schneller. Ja. Oh. Ich hab's grad geruckelt, aber, alles gut. Ja, alles gut. Spießen ist abgestürzt. Daumen drücken. Ähm, eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, in, oder die mir noch in den Patchnotes drin stand, ist, oh, ich hab's grad gut, 104 Schaden mit einem Treffer gemacht, äh, dass, ähm, Tech-Tiere jetzt, äh, Metall und, äh, Electronics oder sowas, troppen. So, gleich müsste er weg sein, denke ich mal. Da ist er weg. Tada! Und wir haben einen Level-Up. Da ist ein Rex. Hallo Rex. Kommst du? Na? Und? So. Rex ist weg. Okay, gucken wir mal. Ein Level. So, da haben wir fast 3000, ähm, Ausdauer. So, ich wollte mal gucken gehen, ob ich ein Tech-Tier finde. Ich hab bis jetzt tatsächlich noch keins gesehen, deswegen kann ich's noch nicht ausprobieren. Das ist auch nix. Und, äh, das wollte ich mal noch ausprobieren. Oder euch zeigen, wie auch immer. Ja? Äh, alles uninteressant hier. Nix Tech-Tier. Ja, also, der scheint wieder zu funktionieren. Was ich sehr, das finde ich sehr cool, weil das erlaubt's mir dann, den auch mitzunehmen. Ich hab schon sonst überlegt, einfach noch einen Rex mehr mitzunehmen, um mich eben auf den Rex zu setzen. Aber so kann ich, glaube ich, den Managam hier nehmen, im Titan Fight. Ach ja, und die sollen jetzt auch was geben. Das war das. Das war das auch mal coole. Die geben jetzt, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe, auch was. Ja? Genau, die geben jetzt auch die Sachen. Das ist doch sehr gut. Also, das finde ich wirklich, wirklich, wirklich mal gut. Weil das war so wie, die hat man gekillt ohne Ende, teilweise. Ähm, bringen halt nichts. Du kriegst nichts raus. Ja, und das war echt nervig so. Mal gucken, ob ich irgendwo ein Tech-Tier finde. Ich habe noch keins gefunden. Also, ich habe wirklich noch keins gesehen, auch. Oh, der hat den Buff, den Gagimann lieber nicht ran. Irgendwas hat Akku auf mich? Ist nur der, oder ist mal irgendwas anderes? so, nur ein bisschen aufs Gewicht aufpassen, weil das Altmetall ist ganz schön schwer. Aber ich glaube, davon brauche ich gar nicht so viel. Der Rest ist viel interessanter. ja, Also, die Enforcer bringen jetzt tatsächlich was. Es macht jetzt auch Sinn, die zu killen. Aber noch wo welche? da. Defense Unit heißen die hier. Die machen jetzt tatsächlich Sinn. Ich will mal gucken, ich werde mal wieder Richtung Basis gehen, ob ich noch ein Tech-Tier finde. aber ich habe echt noch keins gesehen. Enforcer, den nehmen wir auch mit. So, das schmeißen wir wieder raus. Öl haben wir eigentlich auch genug. Aber gut. Bis jetzt habe ich eigentlich, ich glaube, noch nicht wirklich was Öl gebraucht und habe durch die Gatchas schon jede Menge. Treten die immer in Paaren auf oder meistens? Oder wie ist das? Nee, lässt du den Dodo in Ruhe? Oh, den habe ich getötet. Nein, sowas. Konnte ich nur einen Dodo töten? Schnecker, ja. Wow. Was ist passiert hier? Betäubt. Wo ist denn man in meiner Gaben? Da ist man in meiner Gaben. Was war denn das für ein Viech? Interessant. Oh. Na gut, das ist harmlos. Was hat denn mich da eben runtergerupft? Hm. Gut, ähm. Das wird gerade schon eine ganz schön lange Folge, glaube ich. Und ich habe auch keinen Tag hier gefunden. Vielleicht wurden die rausgepatcht? ob es gibt irgendeinen Fehler, dass die gerade nicht vorkommen, oder? Ich weiß es nicht. Na, retten wir mal den Parasaurus hier. So. So. Hm. Das normale Sizer sieht man doch immer irgendwo irgendwelche Tech-Tiere. Aber diesmal nicht. sehr merkwürdig. 140. Dann nehme ich mal den den Bauplan mit. Das ist ja ein überragender Bauplan. Den nehmen wir mal mit. Der braucht nur brauchen wir 13.000 Teilt 1.300 und Öl jede Menge. So. Das trocken wir wieder. Okay. Hm. Also ich wollte euch das mit einem Tech-Tier zeigen und ich finde keins. Mal rausgucken, ob es vielleicht draußen eins gibt. Aber ich war ja auch hier draußen unterwegs und auch da habe ich keins gesehen. deswegen finde ich ein bisschen schade. Aber gut. Okay. Auf jeden Fall danke ich euch fürs Zuschauen. Ich weiß also jetzt, dass ich den meiner Gar zumindest ist das meine große, große, große Hoffnung nutzen kann. und dann werde ich alles noch ein bisschen leveln. Hier sind wir nämlich schon wieder zu Hause. Ich werde alles noch ein bisschen leveln und dann werde ich mich auf den Weg zu dem Forest Titan machen. Und mal gucken. Bin ich, bin ich gespannt, ob ich es schaffe. Ich hoffe es. Ich hoffe es einfach. Aber wir werden es sehen. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und daran bis zum nächsten Mal. Wenn nichts dazwischen kommt, sind wir dann am Eingang zur Höhle für den Forest Titan. Die werde ich dann erst mal lang gehen und erst mal gucken, dass ich da durchkomme. Das mache ich natürlich dann in dem Video und dann noch ja, die in Forest Titan rufen und wenn es klappt, zähmen. Also nicht zähmen. Zähmen wollte ich nicht, sondern töten. Ich will ja die die Tech-Sachen haben, endlich. Okay. Dann haben wir jetzt mal hier wirklich Schluss. Ich finde keine Tech-Tiere. Deswegen bis zum nächsten Mal.